Musik Wie viele Steine hier unten... Die Steine würde ich ja... Ja, die nutze ich dann... Sag mal... Für das zweite Stockwerk runter... Musik 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 Das habe ich überhaupt noch. Jetzt schon. Waaah! Waaah! Jetzt bringe die Steine weg hier. Wo kommt die denn alle her? Sag mal. Ja, falsch. Das war das Lager hier, ne? Genau. Ich bin ja total ultra motiviert, ne? Ja. 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 So, die Schicht kann auch weg. Dann kann man zumindest von unten an alles ran, wenn die Schicht jetzt noch weg ist. Ja. 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 So. So. Na Gott, gerade noch so machen. Abgelenkt von Ruhrwürmern. Da kommt überhaupt nichts zu sagen. Da muss man was ändern. Schau ich eh nicht. Und schon fange ich an, so eine Scheiße zu reden. Die Abos Incoming. Die Abos Incoming, auf jeden Fall. Oh, haben wir nichts mehr. So, wo machen wir jetzt? Komm. Oh, hier setzen wir dann mal die Treppe an. Am besten. Hier in der freien Fläche. Ja, ist ja gerade so Platz. Passt doch. Äh. Wobei. Das ist auch wieder so kritisch. Ich hab's. Da hin. Äh. Ja, da hin. Ne, aber. Ich hab's mal hier. Gewisse Gleichheit mehr. Ja. 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 Da hin. Und so. Amen. Ja, aber bleibt ja nichts anderes über als so. Jetzt so. Boah. Boah. Warte mal, was passiert, wenn ich hier... Echt jetzt? Das bleibt alles noch stehen? Hm, na dann. Warte mal, was passiert. Warte mal, was passiert. Warte mal, was passiert. Das war's. Das war's. Kann ich das so weg machen? Oh, stimmt. Ja, das ist jetzt blöd. Hä, hallo? Habe ich doch gerade abgebrochen. Ach so. Oh, die ganzen Dinger kann ich so die Summe abreißen hier. Ja, die Drohnen muss ich hier noch stehen lassen, sonst ist mein Inventar unnützvoll. Okay. 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 Nichts. Eine stumme Bausendung hier. Ist ja auch auf Dauer nichts, merkt schon. Ah, verbaut. Was kommt davon? Siehst du, ich dürfte eigentlich gar nicht labern, weil dann mache ich auch keine Fehler. Warte, ich geh oben hin. Einen Moment, ich muss mal kurz was trinken. So, da wäre ich auch wieder. Ja, jetzt kann es weitergehen. Ich wollte hochgehen, genau. Und ab. Und ab. Und ab. Und ab. Und ab. Und ab. Oh, mein Hammer. Den muss ich reparieren. Das Teil der Decke kriege ich ja noch weg. Danke. Wo baue ich denn alles hin? Das hier der Brennofen, der kann hier oben bleiben. Der Amboss genau so.